Am nächsten Morgen traf sich das Team Europa im alten Museumsschiff, der gemütlich im Seegang schaukelnden Penelope. Von dort aus wollten sie gemeinsam mit dem Europa-Car zum Kanzleramt fahren, um dort auf Spurensuche zu gehen. Genauer gesagt, auf die Suche nach schleimigen Unkenspuren. Bis zum Rift der tausend Träume habe ich ihn geergt. Pete, du alter Kajütenkobold. Schalt mal den Gang runter. Jedi, Nick, fang. Es ist noch ein Müslirickel für jeden da. Joghurtgeschmack. Au, fein. Na Jungs, ausgeschlafen und frisch? Puh, naja, geht so. Ich musste mich gestern noch für den größten Hackathon Europas vorbereiten. Den Euroton. Aha, und was soll das sein? Ich verstehe nur Bahnhof. Na dann, lasst mich euch auf die Sprünge helfen. Nicht auf die Gleise. Also, die besten Hacker Europas treten gegeneinander an. Es wird eine Aufgabe gestellt und wer sie zuerst löst, gewinnt ein Vorstellungsgespräch beim Europäischen Geheimdienst EGD. Die suchen die Besten der Besten. Natürlich kann da nicht jeder mitmachen. Man muss sich richtig bewerben und Eindruck machen. Sich von den anderen absetzen halt. Und wie willst du das schaffen? Naja, also ich dachte mir, ich hack mich ins Eurogon. Das hat bisher noch niemand geschafft. Außer mir natürlich. Lull. Habe ich gestern vorm Einschlafen noch erledigt. Na du bist mehr Einschlawiner. Hauptsache ihr seid bereit für die Unkenjagd. Wir müssen diesen hüpfenden Langfinger dingfest machen. Nick? Ja? Hast du deinen Turnbeutel dabei? Klar doch. Mit dem Poweroutfit läuft mir kein Verbrecher davon. Gut. Jedi? Ja, Kapitän Kontrabass. Kreditkarten-Set und Crime-Detektor einsatzbereit? Na klar. Was denkst du von mir? Na dann kann es ja losgehen. In die Wanden, Matrosen. Wir nehmen das Europacar. Ah. Nicht jetzt. Na geh schon ran. Vielleicht ist es ja Sandy. Na gut. Hallo. Sie sind verbunden mit Lex Albuquerque vom Team Europa. Wir machen da weiter, wo die Polizei aufhört. Oh. Guten Tag, Frau Kanzlerin. Ja. Hm. Äh. Okay. Warum handelt es sich denn genau? Ein Ring? Wie sah der denn genau aus? Aha. Äh. Ja. Okay. Hm. Wir hatten sowieso gerade vor... Ja. Ja. Ja, natürlich nehmen wir uns der Sache an. Hier ist ganz klar das Team Europa gefragt. Ja. Wiederhören. Wiederhören. War das wirklich die Kanzlerin? Was wollte sie? Matrosen. Ihr werdet es nicht glauben. Was denn? Was denn? Nun spann uns nicht auf die Folter. Neben den Kronjuwelen hat diese Unke einen weiteren Gegenstand aus der Kanzlerei gestohlen. Die Kanzlerin hat es erst heute früh bemerkt. Was denn? Offensichtlich wurde der sogenannte Kanzlerring ebenfalls gestohlen. Hä? Dabei handelt es sich um einen alten Siegering, der von Generation zu Generation an den nächsten Kanzler Europas weitergegeben wird. Aha. Er befand sich allerdings nicht bei den Kronjuwelen, sondern einzeln versteckt und weggesperrt in einer Schublade in dem großen Schreibtisch. Das heißt, der Ring? Das heißt, der Ring wurde nicht aus Zufall mitgenommen, sondern die Unke wusste genau, wo er lag und wie sie ihn stehlen konnte. Ganz genau, Kollegen. Du, Jesse, gib doch mal bitte Kanzlerring bei Europedia ein. Ja, warte kurz. Oh, irre! Hört euch das an! Seit wann genau der Brauch der Übergabe an den nächsten Kanzler besteht, ist noch nicht eindeutig klar. Aber unter anderem existiert die Theorie, dass es sich bei dem Siegelring um den sogenannten Nachtbringer handelt. Den Nachtbringer? Nachtbringer! Ah, Mann, ey! Er wurde vor langer Zeit in Susa, der damaligen Hochburg der Schmiedekunst, gefertigt und gehörte zu dem heiligen Geschmeide Nebukadnezzars, welches ihm unermessliche Macht beschert haben soll. Aha! Das ist ja unglaublich! Also ich meine, das glaube ich nicht! Der Kanzlerring soll König Nebukadnezzar gehört haben und dazu soll es sich noch um eine Art Zauberring handeln? Das ist doch Blödsinn. Zauberer gibt es ja gar nicht. Genauso wenig wie dunkle Unken. Da kann man ja gleich an den Meeresmensch glauben. Pff, trotzdem. Irgendwas, irgendwas ist da, Matrosen. Wisst ihr was? Wir sollten dem Privatierprinz Eugen von Luxemburg-Hofmannsthal noch einen Besuch abstatten. Er schien sich doch für diese Zeit und überhaupt für Nebukadnezzar im Besonderen sehr zu interessieren. Was heißt hier zu interessieren? Er war doch regelrecht besessen von König Nebukadnezzar. Erinnert ihr euch nicht an diese riesige Statue und seinen einschläfernden Vortrag? An die Statue schon. An den Vortrag aber nicht. Los, wir fahren hin und fragen ihn nochmal ausführlich über diesen Ring aus. Das ist die einzige Spur, die wir zurzeit haben, Kommilitonen. Bestimme neue Koordinaten. Ziel ist Privatierprinz Eugen von Luxemburg-Hofmannsthal. Wir nehmen das Europa-Car. Ich muss sowieso nochmal einen Snack-O-Mart. Wer zuerst da ist, darfst du dich was aussuchen. Mann, das gibt mir Hatz. Lass mich vorbei. Also, Lass mich vorbei. Ich bin nur, warte, dass ich das nicht einschätzt habe. Ich bin nur, warte, dass ich nicht einschätzt habe. Ich bin jetzt nicht mehr, woanders nicht einschätzt. Ich bin nur, warte, dass ich nicht einschätzt habe. Ich bin ja, wie es immer noch hoodlängter. Ich bin ja, wie es ist kein Schädel noch. Ja, wie bist du eigentlich immer da? Ich bin ja, wie bist du steig geworden. Ich bin ja, wie ist das? Ich bin ja nicht so weit.